Kennst du das Problem, du kaufst eine Aktie, erwartest eigentlich, dass die in den nächsten Monaten weiterfallen wird, daher war die erste Position relativ klein, die du gekauft hast und schaust dann so ein halbes Jahr später drauf, es ist genau das Gegenteil passiert, die Aktie ist nicht weitergefallen, ganz im Gegenteil, die ist brutal gut gestiegen und du sitzt wieder da und denkst dir so, warum habe ich nicht mehr Aktien gekauft? Mit dir möchte ich heute nämlich über dieses Thema sprechen, mir ist es nämlich dieses Jahr so ergangen, ich habe eine wirklich gute Aktie kaufen können, habe mir gedacht, die wird weiterfallen, die Quartalszahlen waren schlecht, der Ausblick ist schlecht und jetzt neun Monate, nachdem ich sie gekauft habe, steht sie 25% höher, Luxusproblem würde ich sagen, aber wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Wenn du Lust hast, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du keines der spannenden Dividendenaktien-Videos. Witzigerweise ist mir das Ganze mit Union Pacific passiert und zwar, das Unternehmen ist im Warentransport unterwegs, die haben einen riesigen Burg gegraben, weil jetzt nicht jemand einfach daherkommt und einfach nochmal so ein ganz schnell ein neues Schienennetz erstellt und ist daher verhältnismäßig immer teuer bewertet an der Börse, ich zeige dir jetzt hier ganz kurz meinen Aktienkauf, der war nämlich im März 2023, ich habe relativ gut das Tief hier erreichen können, bin aber davon ausgegangen, wie schon am Anfang erwähnt, dass wir hier weiterfallen könnten, also die Wahrscheinlichkeit war meines Erachtens höher und heute stehen wir einfach 25% höher, ja Luxusproblem am Ende des Tages, aber jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen die Finanzzahlen etwas genauer an, weil das kennt jeder so ein bisschen, man schaut sich so die Zahlen an, einerseits für das Jahr 2023, Umsatz geht ein bisschen zurück, die Nettomarschen gehen zurück und 2024 muss man auch dazu sagen, die Zahlen waren deutlich schlechter damals, wo ich mir die Aktie angeschaut habe und gekauft habe und ihr habt es halt einfach am Ende des Tages nicht wissen können, dass die Wirtschaft doch nicht mehr abkühlt und so weiter und so fort, deswegen finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, wie das Ganze passiert ist, weil man sieht es auch hier im Verlauf des Gewinnes je Aktie, dass die immer noch weiter zurückkommen für die nächsten Jahre, also kann man jetzt gar nicht sagen, dass das so eine schlechte Entscheidung war, dass ich nur eine kleine Position kaufe, weil das Unternehmen auch verhältnismäßig hoch verschuldet ist, Zinsen steigen, Wirtschaft kühlt ab, ich bin davon ausgegangen eben, dass die Aktie weiterfällt und man sieht es ja auch hier, die Nettoverschuldung liegt bei fast 32 Milliarden US-Dollar und kann eigentlich, wenn man wirklich ehrlich ist, nicht wirklich abgebaut werden. Ich möchte jetzt nicht das Unternehmen schlechtreden oder sonst irgendwas, aber wir wissen jetzt 32 Milliarden US-Dollar Nettoverschuldung und wir schauen hier jetzt das Nettoergebnis an, das liegt nur bei 6,8 Milliarden. Also dann merkst du schon, wie viele Jahre man eigentlich braucht, um diese Schulden zu tilgen, das sind einfach mal über 5 Jahre und da war ich halt dementsprechend sehr vorsichtig unterwegs und das ist überhaupt nicht falsch, wenn man vorsichtig unterwegs ist, ganz im Gegenteil, ich finde das persönlich sogar gut, dass ich am Anfang nur eine kleine Tranche investiert habe, weil ich ein anderes Szenario für die Aktie gehabt habe. Hier kauft man natürlich auch aktiv Aktien zurück, das ist etwas, was mir immer sehr, sehr gut gefällt und auch dieses Jahr ein 22er KGV und nächstes Jahr nur noch ein 20er KGV. Wenn man die Vergangenheit anschaut, der Durchschnitt liegt bei 22. Also so richtig günstig bewertet ist die Aktie einfach aktuell auf diesem Stand nicht und ich möchte noch ein paar andere Sachen mit dir gemeinsam anschauen und andererseits möchte ich ganz kurz den Hinweis geben, unten ist der Link zu Freedom24 drinnen, dort gibt es aktuell einen Weihnachtsspezialbonus, da bekommst du bis zu 20 Aktien geschenkt. Ich werde daran wieder selbst teilnehmen, ich habe da zuletzt schon 7 Gratisaktien bekommen und werde auch dieses Mal wieder daran teilnehmen, weil wir dort ja unser Freedom Dividenden Depot haben und das einfach ein wirklich guter Broker für mich einfach ist. Die Dividenden-Historie bei Union Pacific ist halt brutal gut. Man geht auch davon aus, dass man die ganze Dividende in der Zukunft steigern kann. Da ist natürlich für uns immer viel Potenzial da. In den letzten 10 Jahren kann man auch mal schauen, ist die Dividende durchschnittlich um 13% gesteigert worden, in den letzten 5 Jahren um 11%. Das sind natürlich Zahlen, die gefallen mir sehr, sehr gut und die Analysten, jetzt schauen wir mal an, wie die aktuell sind. Und da sieht man schon, die sind eigentlich verhältnismäßig neutral unterwegs. Man sieht bis Ende 2024 nur 4% Kurspotenzial. Und man kann hier auch reinschauen, ihr seht es, der Umsatz wird peu a peu jährlich gesteigert, also gehen wir zumindest davon aus. Und die Nettomargen, die sind halt brutal gut. Womöglich kann man die sogar bis ins Jahr 2026 auf 34% hochballern. Und das Ganze wäre dann gegenüber diesem Jahr nochmal eine Steigerung um 3,1 Milliarden US-Dollar, also fast 50% mehr Nettogewinn am Ende des Tages. Und das ist halt richtig, richtig gut. Muss man jetzt einfach schauen, wie die Aktie sich einfach Anfang des Jahres verhalten wird, weil die ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Das ist ja auch eine Trendaktie. Und ich halte sie weiterhin auf der Watchliste drauf, weil ich möchte hier definitiv gerne nachkaufen. Aber der Nachkauf, der müsste hier in diesem Bereich sein, also bei 190 Dollar um den Dreh herum. Und wir stehen aktuell bei 230 US-Dollar. Und dafür, für einen Nachkauf hier in diesem Bereich, also alles über 200 US-Dollar, wäre für mich einfach zu hoch vom aktuellen Bewertung her. Und deswegen, ja, auch sowas kann passieren. Da sollte man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern ganz im Gegenteil, man soll sich da auf jeden Fall freuen, dass man solche Aktien dann im Depot drinnen hat. Und wenn das dann nur kleingewichtet ist, ist es doch auch nicht schlimm, weil am Ende des Tages verdient man so einfach auch sehr viel Geld am Ende.